Hallo, hallo, hallo. Hier ist ein neuer Sportvlog. Heute bin ich wieder mit den Taunusfightern in Itchstein. Liam ist hier, Tanja ist hier und sonst sind nur Frauen da. Das heißt, ich muss heute mit Liam viel trainieren, was für mich eine harte Sache wird. Schaut gleich rein. Es geht nach dem Intro. Los! . Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020